Willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK SURVIVAL EVOLVED mit mir, dem Flori, sowohl auch mit dem Snay. Hallo. Der Navuca. Hallo. Und dem Reaper. Der Esel nennt sich immer zuerst. Also Leute, wir brauchen jetzt viermal Foundation. Ich glaub zwei Zähling. Und ein paar Steinwände. Wenn ich vielleicht was selber machen kann. Steine hab ich genug noch. Rex, glaub ich. Ja. Kann irgendeiner an der Schmiede das Feuer ausgemacht? Ich. Ah, okay. Ich wollt grad sagen, hä, geht das jetzt automatisch aus? Ne, die Sonne geht auf, Reaper. Jaja, aber ich hatte die ganze Zeit bei der Schmiede die Torch vorne vor an und wunderte mich auf einmal. Ich geh raus, ist sie aus. Irgendwas stimmt da nicht. Das sind die kleinen Heinzelmänner, du. Pirschen sich an und pusten die Lampe aus. Ah ja, du sagst, dass du hast ne Überraschung, Fred. Ja, bin auch gleich bei dir. Mit, mit der Überraschung. Oh. Surprise. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Sieht echt nicht schlecht aus. Auf welche Grafikeinstellung spielt er? Ich auf Low. Da hast du grad noch Glück gehabt. Ich wollte die Krater um einsperren. Ja, nett. Ja, ja. Ach, jetzt hängt hier so ne scheiß Piller im Weg. Ja, doch, das geht. Hat einer der Tiefen hier gut. Äh, ich wollte grad bei Lexa was rein. Ich glaub, da passt nicht mehr alles rein. Äh, du kannst auch meinen Rex nehmen von mir aus. Ich glaub, da ist noch ein bisschen Platz zur Not. Da haben wir im Rex fehl Platz. 500. Standard. Ich hab ein bisschen noch, äh... So. Deine Überraschung ist angebracht. Jeweils an den Türen. An den Türen. Ja. Ah, schnell gucken. Ja, warte. Gucken. Ist hier was an den Türen denn, ne? Ah, da. 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 Meine Facke. Yeah. Facke. Wir haben doch bestimmt hier irgendwo, haben wir doch bestimmt irgendwas... Lauf! 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 Was ist passiert? Lauf! 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 Bleibvenidos! Du kommst grad so ein bisschen, kommst grad so ein bisschen, kommst grad so ein bisschen an wie ein Polizist, der grad so einen Schlagstock hat und grad eben auch wenn man einschlagen will, Lauf! 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 Lauf, Lauf! Das ist doch für die Ansage. Und du bist doch dann der Esel, hallo? Wer klaut dann meinen Vogel? Weißt du, hier ist Foodland? Ja, das ist wohl Reaper Trafalgar, würde ich sagen. Mobbing! Ja, er hat Frau Trafalgar nämlich stehen gelassen. Ja, ich muss hinterher rennen. Ich komm doch gleich wieder, ich hol doch eben nur kurz Bark Powder. Reaper, warum tust du deine Frau denn bitte stehen lassen? Ausgerechnet bei Snay. Hallo, unser Haus ist direkt nebenan. So einen weiten Heimweg hast du nicht? Trotzdem tut man keine Frau stehen lassen. Einfach so. Was hast du bitte für einen Gentleman? Genau, schäm dich. Jetzt macht er ja auch noch die Tür zu und sperrt mich ein. Das ist unfassbar. Unfassbar. Der fliegt doch gerade. Schlag ihn! Ich glaube, er hat mich in der Taverne eingesperrt. Ach, du warst gerade da! Nicht schlecht. Wie aufmerksam. Ich brauch noch Wut! Holz, Frau Reis! Ganz viel Holz! Also, äh, Reaper. Was, wir haben kein Holz? Mit viel Respekt! Mit viel Respekt! Mit viel Respekt! Dass du so ein wahrer Gentleman bist! Muss man dir echt lassen! Ja! Ja! Die letzten fünf Meter hätte ich auch noch zu Fuß geschafft, du! Wehe! Ja! Nein! Nein! Danke! Und dann geh ich nochmal Wut kloppen! Kommt da oben und seit! Ach ja! Wutel! Was brauchen wir alles für, äh, Gutes Haus? Äh... Ja, Wut! Holz! Wutholz! Holz! Holz! Ich brauch Holz! Holz! Na gut! Klopfen wir auf Holz! HÄH! Und jetzt bin ich schon voll! Ja, ich kann nicht so viel tragen! Oh, noch eine zweite Flagge! So! Ein Saurier kann noch eine... Die Fackeln hier sind etwas... Widerspenstig! Florier ist Holz dabei! Ich krieg in die kein... Äh... ...Saurier rein! Vielleicht muss da Holz rein! Ne! Ich komm doch nicht mal ins Inventory! Ach schon! Hier kommt noch eine Holzlieferung! Yeah! Ganz viel Wood! Ganz viel Wood! Okay, das war ein bisschen zu much... ...Wood! Too much Wood! Woody! Woody Woodpecker! Genau! Sie müssen sich leider anders setzen, die Torches! Das funktioniert leider nicht so, wie ich es mir gedacht habe! Wo willst du Holz denn haben? Äh, war's Holz drin? Hier da? Äh, ich bin grad auf dem Weg, ich kann nicht... Nee! Bin ich grad im Slow-Motion-Mode? Äh, ich glaub aber reicht jetzt erstmal! Bin ich grad im Slow-Motion-Mode? Ah, egal! Wurscht! Kann passieren! Ich paywatch hier auch grad rum! So! Ach ja! Was für'n Tag! Ähäähääh! So! Noch einmal Kraft dann! deine wurst ein drin wie viele wie viel heute gibt mir jetzt bitte kann ich überhaupt noch mit dem rex laufen danke 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 schön bei klark ist noch glaube ich noch ein bisschen platz ja ja gibt mir das ganze zeug ich krieche ich krieche ich krieche ok mehr kann lexa auch nicht tragen also ich würde sagen die hütte für kreuz fertig ich kann gar nicht mehr laufen arme lexer ja lexer wir haben eine holzäune warum tut ihr das nicht bei klark rein der hat auch noch ein bisschen ne der hat nicht mehr ah ok das ist eine sie ja sorry bei mir packt in der wucke jetzt den boden rum äh zäune sind diese low fences da haben wir so eine mod für hast du die zuweist äh ich könnte dir welche craften welche wohlsten haben mittel äh normal oder hoch normal glaube ich reicht normal sind ziemlich niedrig da mittel da auf unserem balkon guckst das sind die hohen das sind die hohen ja dann die hohen ohne tür dann brauchst du dann jetzt zum reingehen ja dafür brauchst du dann noch nur normale fans äh wieso hab ich so viele ressourcen nicht mit na Moment also ich konnte äh deine deine fackeln muss ich musste ich gerade noch mal abreißen äh ich habe eine ins haus machen können weil außen vorm haus hast du keinen zugriff aufs inventar ok du hast einfach keine möglichkeit daran zu kommen kannst du zwar zerstören aber das war es dann auch so wie viele von den fans ist brauchst du denn ja hier warte ich hatte gesagt dann hier wohl hier ist wo bist du da bitte das war ja kurz ja Lexa kann sich nicht bewegen ne soll ich was rausnehmen äh ne ne ist egal kann ich gerne Notori is so heavy ach ja ich kann mich auch nicht bewegen haha äh gut ich sitze gerade auf Lexa drauf äh seh ich dich von hier aus irgendwo Slade ach da ja ich seh dich ja hier ja hier quasi hier wo jetzt kurz Hütte ist hier so ein Zaun hier hin dann vielleicht hier halt wenn du so fändst es darüber oder was ja oder vielleicht hier oder hier müssen wir auch vielleicht nicht heute ok da noch so quer für dreien alles klar das sind dann ungefähr würde ich mal so schätzen 15 bis 20 stück hast du dafür alles da jo die Dinger kosten fast gar nichts das ist gut das ist gut äh sooo dann na mein kleiner na wo kommt die die los dodos dodos ja ja wie kann man nur die die können gar nichts tragen oh schade doch ein bisschen also einer hat mir schon sehr viel geholfen er konnte 30 Wut tragen und du bist auch süß ne ja Dieter äh wer dritt jetzt ach so den wo ist denn Dieter ach das hört sich so ein als ob sie da gerade neben einem Köter sitzt ach du bist aber ein süßer Hund du bist aber ein süßer dabei ist es nur eine große rexnase der denkt sich auch gerade hm dodo ham ham nein lexer passt ja gut auf Dieter auf ne Dieter naja ich bin mir nicht ganz sicher ob meine äh äh Venetia vielleicht gerne sich fressen will oder ist doch nicht sie ne Dieter ist er oder Venetia ja oder dein rex ist sie ja und Dieter ist ein Kerl ich meine Dieter ist er he he ja meine ich doch ja das ist ein Schminamos dass sie ihn gerne fressen will ja kann er kann dein rex gerne versuchen wenn er sich mit einem Spino anlegen möchte bitte ham 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 nom nom Spinos sind in diesem Spiel derzeitig die gefährlichsten Tiere nicht der Tyrannosaurus rex ne er ist nur der König aller Tiere aber also der König aller Urzeittiere aber er ist nicht äh der gefährlichste Tier derzeit der Stärkste ja also erst äh gegen den Spino kannst du den wirklich wenn du den ein bisschen gelevelt hast und so weiter und den halt auf melee damage getrimmt hast und so weiter dann nimmt den Spino aus und anders ob der gar nicht da wäre ja ist klar ist klar aber äh ja in freier Bildbahn ist eigentlich der rex der stärkere äh falsch der der Spino der stärkere äh brauche man noch Untergrund für die Dinger ja nein das sind wie die normalen Fensters die du für die Mauern verwendest weil ich noch nie Mauer irgendwie machen kann auch nicht weiter achso willst du hier so rum machen oder warte so so du musst die einmal freiliegend stellen ne ja genau und da jetzt anschließen ah ist der jetzt mit ner Pflanze nix so soll ich sie dir eben setzen ich bin da etwas besser schneller drin deswegen ah ok warte ich dropp sie wieder raus der hat doch heimlich geübt ne weil er Admin ist ne das nicht ne ne der hat hier es ist einfach nur wenn du genau weißt ach Moment so wenn du genau weißt wo du gucken musst um sie anzuschließen geht das ratzfatz ähm das muss doch sicher wehtun Reep was tut gerade weh au genau wenn er grad eben das alles fort ist er dann auf einmal drin steht ja das äh das sieht dann so aus als ob er mit seinen Klöten da ist ich kann nicht mehr eh hihihi hihihi so wo noch ah hier so oder hier so man kann valanzieren ich bin begeistert Burk exemplet von hier also von von der ecke an oder hihihi Um Balance. Ja. Hier so. Wieso? Oh Mann. Ich komm heute auf schreckliche Gedanken. Äh, sollen wir die Tierchen mal hier wegnehmen? Die großen Stampenden zum Beispiel. Wäre ratsam, aber Alexa kann sich glaube ich nicht bewegen. Wobei, die beiden großen sind eigentlich nicht so schlimm. Die kleineren kommen hier nicht mehr raus. Also Vögelchen schafft es, klar. So kann ich nicht bauen, wenn ihr hier rumstampft. Dieter soll hier drin bleiben, ne? Ja, ich pack hier nur kurz um. Okay, Dieter wohnt hier. Ähm, Grotz schafft er eigentlich auch so rauszukommen, ne? Jetzt springt drüber drüber. Jetzt ist dein Dieter auch sicher. Warte, muss man testen. Ja, ist sicher. Okay, ich brauch ne Türe irgendwie oder so. Kommt so nicht drüber. Was ist denn hier unten? Oh, die, ah genau, oder die weglassen so. Oh, kommt doch noch rüber. Oder bei einem weglassen. Ach so, klar. Da, Vogel schiebt. Nein, oh. Oder hier, wir machen die hier. Das ist ungefähr, wo ich jetzt hier so stehe. Dann kommt er auf jeden Fall auch raus. Irgendwie bin ich zu früh von meinem Vogel abgestiegen. Sag mir quasi Bescheid, ey, wann ich aufhören soll. Ah, das steht jetzt hier. Ja, man baut rückwärts. Bei den Fensters baut man rückwärts. Da sieht man nicht, wo man hinrennt. Ja, ja, warte. Ja, ja, reicht. Reicht? Ja. Ist klar, ja, cool. Habe ich mich ja fast gar nicht mal verrechnet, so extrem. Wir haben jetzt noch vier Fensters übrig und das würde jetzt noch genau reichen bis zu dem Ding. Perfekt. Ja, und hier kann ich Hannover jetzt mit den Tieren raus und rein. Passt. Wo ist der Garten? Aus. Kreuzwohnung. Oh. Krach. Alexa hat ein Problem. Hier ist übrigens noch eine Tür drin, falls du brauchst. Wo ist eine Tür drin? In Lexa. Hallo. Boah, stampft ihr. Ähm, ja. Ja, guck, die kommt doch locker rüber. Ja, kommt locker. Ich wollte schon fast sagen, die kommt jetzt nicht durch, äh, durch ein... Ich dachte, die kommt jetzt nicht drüber. Weißt du, auf einmal hält da so jemanden so auf, oh, ich kann ja da gar nicht drüber, da ist ja eine Wand. Das wäre ja schon mega. Also wenn das Haus fertig ist, wäre Flory jetzt an der Reihe. Wir sind bei 20 Minuten. Äh, ja, also danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.